So, der Wolf steht mit seinen Truppen nun vor unserer Tür. Was wünscht ihr? Belagerungsgeräte bemannt. Unser Werkzeug ist bereit. Belagerungsgeräte bemannt. Mein Herr? So. Da ist nämlich schon das Belagerungscamp. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Mangel bereit, Sire. Ziel am Visier. Sehr gut. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Euer Gnaden? So, komm, Baumeister. Ich brauche... Gebt uns eine Aufgabe. Baumeister. Belagerungsgeräte bemannt. So. Jetzt müssen wir echt mal gucken, ob unsere Schützen hier überhaupt ausreichen. Es werden Rekruten benötigt sein. Da bin ich mir nämlich noch gar nicht so sicher. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Kannst du schon angreifen, Mangel? Ja, du kannst auch schon angreifen. Mangel bereit, Sire. Ziel im Visier. Okay, sie bauen Trieböcke. Die kleinen Stricher. Okay, die Bogenschützen kommen ran. Ja. So, wer hat hier Brandpfeile? Wie können wir helfen? Bogenschützen bereit. Aber gut, das sollten wir hinbekommen. Hoffe ich doch mal. Ja, die Tunnelgräber machen natürlich schon gutes Auer. Eure Gnade. Mangel bereit, Sire. Okay. Wir geben unser Beste. Schön hierhin schießen mal. Mangel bereit, Sire. Ich will eigentlich noch nicht für diese schwachen Truppen noch nicht die Pechgräben benutzen. Weil ich glaube, wir wirklich ein bisschen zu krass über sind. Mangel bereit, Sire. Ziel im Visier. Die hauen jetzt natürlich echt gut rein. Wir benötigen Steine. Okay. Aber das Gute ist, solange die noch nicht so dicht dran sind, werden wir das noch alles schön reparieren. So, da patrouillieren jetzt direkt die Ritter. Wir können jetzt auch mal langsam eine etwas größere Armee ranholen. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. So. Die größten Belagerungsgeräte haben wir eigentlich weg vom Fenster. Okay. Ich dachte, wir hätten kommen ran. Wir sollten, was wir auf jeden Fall nochmal machen sollen, ist ihn hier. So, kommt er wieder. Ich will nämlich alles schön mit Kohlenvernau statten. Ange bereit, Sire. Ziel im Visier. Okay, sauber. Ich glaube, die Ritter kommen jetzt langsam auch ran. Da müssen wir halt den echt richtigen Moment finden. Mein Bogen ist euer. Okay, die schwärmen aus. Mein Herr. Feuer gefällig. So, das würde ich schon mal anzünden. Auf jeden Fall. Da sollten wir jetzt alle durch. Scheiße, wir haben noch in unserer Kackmauer. Oder? Ja. Pech runterschütten da. Na los. Light'em up. Ach du Kacke. Feuer, Feuer, Feuer. Sehr nice. Okay. Ey, krass. Richtig krass. Setzer spielt ja wohl mal ein bisschen hoch. So. Ich würde sagen, wir lassen gleich mal die Hunde los. Das würde sich auf jeden Fall anbieten. Ach, die Bastarde graben das zu. Not bad. Okay, die haben unsere Verteidigung schon geschwächt. Aber jetzt noch nicht entscheidend. Hoch da, Leute. So, ich bin mir nicht sicher, wie wir uns jetzt gerade schlagen. Das heißt, ich bin mir nicht sicher eigentlich, wie schlagen wir uns grausam. Weil unsere Verteidigung einfach so leidet. So. Ja, angreifen ist richtig. Okay, die nehmen unsere Eisenbienen auseinander. Die brauchen da echt ewig. Die sind jetzt nicht die größte Gefahr momentan. Das sind dann eher die Jungs. Okay, hier können wir das dann mal anzünden für den Notfall. 60 Beliebtheit. Ich werde jetzt mal die Ration verdoppeln. So, light'em up. Sehr schön. Okay, nice. Die haben wir gut angezündet. Da sollten die jetzt richtig schön leiden. Die berittenen Spackos auch. So, komm. Lass die Hunde dann auch los. Die sollen die richtig auseinandernehmen. Lass die Hunde los. Boah, die Hunde gehen ja richtig ab. Krass. Die kommen da nicht wirklich durch. Ich versuche jetzt nur so noch die letzten Typen abzupassen. Der erste Angriff ist natürlich immer der krasseste. Können wir mal ein paar Gerbereien bauen. Ja, komm. Bla, bla, bla. So, drei Gerbereien. Okay, und das war's jetzt eigentlich. Gut. Wir brauchen ja erstmal richtig fett Stein. So, jetzt wieder runter. Aber jetzt gehen wir wieder zu den Verteidigungsmaßnahmen. Krasser erste Angriff auf jeden Fall. Wir haben nicht genügend Gold. Wir haben's einigermaßen gewuppt. So. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Bisschen Eisen verkaufen. So, und der Rundturm ist repariert. Gut. Gut. Was wir brauchen, ist einfach krasser Raval. Stärkere Defense. Aber die wird jetzt natürlich auch kommen. Oh, war schon übel, ey. Okay. Okay, da war unsere... ...Lücke in der Verteidigung. Okay, der haut jetzt ab, oder wat? Okay. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Bla, bla, bla. Der ist doch tot. So. Auch hier hat unsere Verteidigung nicht ganz so... ...zure Stelle unerreichbar, Sire. ...stand gehalten, wie ich mir das vorgestellt hatte. So. Was wir aber auf jeden Fall mal festhalten können, dass die Pechgräben da eigentlich alle ganz ordentlich waren. Wir benötigen Steine. Okay. Ja, die Seite hat auch gelitten. Achtung! Im Laufschritt! Jeden Fall hat sie das. Und Marsch! So, Türme sind es nicht. Torhäuser. Warum auch immer der Pechkram bei den Torhäusern ist, keine Ahnung. Oh, hier. Vor den Toren sollten wir auf jeden Fall mehr machen. So. Da ist so schön vereinzelt. Auch noch was hin. Hier auf jeden Fall auch noch wett. Dann, wenn sie hier durch wollen, letztes Mal. Das sollte dann erstmal reichen. Wir benötigen Steine. Okay. Steine werden benötigt. Das wird honoriert. So. Sagt der Turm ist repaired. Das Torhaus auch. Wir benötigen Steine. Wir haben nicht genügend Gold. Nicht wieder aufbauen, weil das lohnt sich einfach nicht. Ist jetzt halt ein bisschen mit unseren Gütern haushalten. So. Okay. Können wir ein bisschen Bogenschützen rekrutieren. Ja. Ja. 51 und 61 davon. Können wir nochmal richtig... ... ... ... ... ... Ergreifen. Ergreifen. So. Ich hoffe jetzt, unsere Wahl ist relativ lückenlos. Was wünscht ihr? Belagerungsgeräte bemannt. Unser Werkzeug ist beis wie die Hölle. So. Pech. Gebt uns eine Aufgabe. Spacko, du kannst auch was machen. So. Verfügbare Bauern. Achtung. Es werden Rekruten benötigt sein. Vier Ritter sollten wir auch nochmal holen bald. Mange bereit, Sire. Mange bereit. Mange bereit, Sire. Du? Verlassen Belagerungsgeräte. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Okay. Es werden Rekruten benötigt sein. Khaled Roger. Und los. Wie können wir helfen? Wo ist der bekackte Baumeister? Eure Befehle? Da. Baumeister, du sollst... Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Belagerungsgeräte bemannt. Sehr gut. So. Okay. Es ist jetzt natürlich so ziemlich die Ruhe vor dem Sturm. Ich bin mir recht sicher, dass der Angriff jetzt krasser wird. Deswegen... Schön alles verschanzen. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Defense. So, auf geht's, Jungs. Nicht trocken hier. Sondern schön mitmachen. Verfügbare Bauern 2. Das ist doch lächerlich. Das ist doch wirklich lächerlich. So. Da haben wir noch die Kampfhundezwinger. Die sind natürlich hier richtig abgegangen. Und als zweite Sicherung sollten wir auch noch da wieder den Pechgraben auffrischen. Weil der es einfach richtig gebracht hat. So. Wir werden bald auch die Geschwindigkeit erhöhen. Keine Angst. Aber momentan... ...sehe ich noch nicht so... Waffen geschultert! Waffen geschultert! Den Need dafür. So. Ihr könnt auch nochmal vorrücken. Verfügbare Bauern 3. Ich warte mal auf den 4. Dann holen wir uns die Ritter ran. Die sind nämlich, glaube ich, ziemlich krass. So. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Was soll konstruiert werden? Belagerungsgeräte bemannt. So. Mangel bereit, Sire. Mangel bereit. Verlassen Belagerungsgeräte. Oh, ist das nervig, ey. Was wünscht ihr? Belagerungsgeräte bemannt. So. Mangel bereit, Sire. Sauber. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Unser Werkzeug ist bereit. Gebt uns eine Aufgabe. Belagerungsgeräte bemannt. Balliste bereit, Milo. Sehr schön. Die Balliste ist bereit. Okay, die Musik wirkt friedlich. Es werden Waffen benötigt, Sire. Steh jetzt zur Diensten. So. Wo sind sie denn? Was habt ihr vor? Da sind sie. Uns ist kein Weg zu weit. So. Wir werden die schön um Kartenhahn platzieren. Uns ist kein Weg zu weit. Damit wir da erstmal die aufhalten, die kleinen Knechte. So, hier machen wir auch nochmal einen Pechgraben. Hätte mir nämlich gut gefallen, da. Bereits, eure Lordschaft. Hier haben wir den Pechbaumeister. Die man auf jeden Fall auch. Grundsolide. Da ist der Durchgang blockiert. So. Zur Stelle. Mangel bereit, Sire. In Bewegung. Rücken aus. Sind auf dem Weg. So. Auf geht's. Auf geht's.